Herzlich willkommen, Leute, zu und neun wieder. Heute sind wir in China-Clowns da. Wir haben gar keinen Schiss. Dort, bei meiner Stiege, sind Blut, wir zeigen euch das dann, Predigt-Zeichen und irgendwelche Geräusche. Und ihr werdet es sehen. Kommt einfach mit. Kommt einfach mit. Oh mein Gott, Leute, ich hab so Schiss. Das war nicht so. Doch. Digga, man muss so halt, dass die Leute sehen. So, Leute, check mal Emre ab. Leute, okay, da ist meine Stiege. Da ist meine Stiege. Okay. Oh mein Gott. Ich hab Schiss. Okay. Da ist Keller. Da ist der Keller. Lass, mach Türe da so auf dem Ding. Digga, ich piss mich schon an. Ich hab schon Schiss. Mach Türe so. Digga, du bist so doof. Das geht nicht, Digga. Die Leute sind so ein bisschen. Digga, du hast so Angst. Scheiße. Okay, es geht. Ich hab schon. Okay, scheiße, ich hab Schiss. Warte, kommst du mal? Ich halte, Digga. Ich halte. Komm mal. Halt die gut, mein Handy aber noch. Kommst du mal. Ey, Leute, was ist das hier? Was war das? Leute, ich bin so ein Kind. Oh mein Gott. Leute, ich bin so hoch. Digga. Leute, was war das gerade? Leute. Ich wünsche mir das unsere hohen Freunde hier. Das ist es. Oh, leider. Freunde, ich hab so Schiss gehabt. Habt ihr diesen Song gehört? Ey, Leute. Wir sehen uns bei einem anderen Video. Wenn ihr wollt, dass ein anderes Video kommt, dann lasst... Leist einfach ein Abo da und legt einfach einen dicken Daumen hoch. Wenn nicht, dann kommen diese Killer Clowns in euer Zimmer. Bis bald. 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 Vielen Dank.